Hallo meine lieben Abonnenten, du kennst die Situation, tausend Gedanken schießen dir durch den Kopf, aber du kannst einfach nicht einschlafen. Tomari hat darüber schon mal ein Video gemacht. Wie spreche ich sie an? Was, wenn meine Eltern herausfinden, dass ich Mist gebaut habe? Warum ist eigentlich so eine Banane? Kann das Leben eigentlich Sinn? Wer bin ich? Vielleicht hast du aber auch tagsüber negative Gedanken und möchtest diese einfach mal für ein paar Minuten stoppen. Dann habe ich für dich jetzt einen Lifehack, der auch immer funktioniert. Nach dem Gong wirst du dich darauf konzentrieren, was dein nächster Gedanke ist. Also du wirst wie ein Wachhund vor dem Tor sitzen und darauf warten, welcher Gedanke als nächstes durch dein Gehirn fließen wird. Du kannst die Augen schließen und ich werde eine Zeitmaid laufen lassen, anhand dessen du selbst testen kannst, wie lange du es schaffst, gedankenlos zu sein. Also aufgepasst, warte nach dem nächsten Gong auf deinen nächsten Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020